Hallo ihr lieben Sternenfreundinnen und Freunde. Anfang Juli laden uns die Sterne ein, mal die Seele baumeln zu lassen. Und das sollten wir auch, denn zur Monatsmitte gibt es eine kosmische Challenge mit Kämpfer Mars und Revoluzza Uranus. Wie sich das und die übrigen Konstellationen für euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirkt, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zu diesem Beitrag mit den Tendenzen im Juli für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten. Die Timecodes, die euch zu eurem Sternzeichen führen, findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte scrollt dazu bis unter den Holoskope-Shop. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann wartet jetzt noch einen Moment, bevor ihr zu eurem Sternzeichen springt und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und vergesst auch bitte nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr kein Video und keinen Livestream mehr verpasst. Im Juli haben wir tiefe Seelenkonstellationen und einige Aufregungen und ich möchte mir gern mehr Zeit nehmen, darüber zu reden. Deshalb habe ich für die kosmische Schwingung des Monats diesmal extra Videos geplant. Mehr dazu verrate ich euch gleich. In diesem Beitrag wollen wir uns ganz auf die Sternzeichenhoroskope konzentrieren, auf Neuigkeiten aus der Sternenwerkstatt und gleich gibt es auch das Gewinnspiel. Aber erstmal möchte ich euch die Neuigkeiten aus der Antonias Sterne-Community berichten. Ich bin so dermaßen begeistert davon, was da entsteht. Ich kann es selbst kaum glauben. Jeden Morgen schaue ich als erstes in unsere Chatgruppe, schaue in die Sterne, beantworte Fragen und diskutiere mit. Und das ist für mich einfach nur Freude pur. Eine Sternstunde war unser Fußballabend. Astrologie live am Beispiel des EM-Eröffnungsspiels. Ich habe immer die Treffer vorausgesagt und in die Gruppe gepostet. Und Sanja hat zum Beispiel kommentiert, unfassbar, noch nie hat Fußball so viel Spaß gemacht. Und darauf ich, ja, mit der Astrologie macht das ganze Leben Spaß. Aber nicht nur das. Wir erforschen gemeinsam die Geburtshoroskope der Mitglieder. Die Stimmung in der Gruppe ist familiär und hilfsbereit. Die Fortgeschrittenen helfen den Anfängern. Und ständig haben wir neue Aha-Momente. Das ist so schön und so besonders und so Wassermann-Zeitalter, da muss ich euch einfach nochmal einladen, mit dabei zu sein. Und damit euch die Entscheidung leichter fällt, habe ich das Einführungsangebot noch bis zum 30. Juni verlängert. Das heißt, so lange könnt ihr noch 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Alle weiteren Infos und den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung, beziehungsweise beim Podcast in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber zum Gewinnspiel. Und da habe ich schon den August im Auge. Da haben wir nämlich eine besondere Challenge mit Mars und Saturn. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle unser großes Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft in die Verlosung nehmen. Damit ihr wisst, welche wichtigen Botschaften Großmeister Saturn für euch persönlich hat. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, und mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar zu posten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Horoskop für den August. Jetzt wären ja eigentlich die Konstellationen im Juli dran, aber da gibt es Neuigkeiten aus der Sternenwerkstatt. Ich habe mir nämlich überlegt, die kosmische Schwingung des Monats nach Wochen aufzuteilen und euch als Einzelvideos zu präsentieren. Ist ja doch immer ziemlich viel Stoff, was am Himmel so passiert. Und viele von euch haben sich auch gewünscht, dass ich das Einzeln bringe, damit es leichter und übersichtlicher ist, die ganzen Infos zu verarbeiten. Es wird also ab jetzt immer freitags einen Ausblick auf die kommende Woche geben. Und wir fangen im Juli damit an, weil die Konstellationen so speziell sind. Da möchte ich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Und auch der August wird super spannend mit dieser Saturn-Challenge. Das müssen wir uns dann auch näher anschauen. Die erste Juli-Woche ist geradezu magisch und so viel verrate ich euch hier schon mal. Wir bekommen einen Brief vom Universum. Mehr dazu erfahrt ihr dann in dem neuen Wochenhoroskop für die erste Juli-Woche. Und das geht am Freitag früh online. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir in die Sternzeichenhoroskope einsteigen können. Mein Tipp wäre, dass ihr euch bitte auch euer Aszendentenzeichen anschaut und dann reinspürt, mit welchen Infos ihr in Resonanz seid. Und wenn ihr ganz genau wissen wollt, wo sich die Konstellationen in eurem Geburtshoroskop abspielen, dann kommt in die Community. Jetzt geht's aber los und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Die Sterne zeigen viele Aktivitäten mit der Familie an. Vielleicht habt ihr ja einen Familienurlaub geplant. Aber auch, falls ihr euch kreativ oder sportlich austoben wollt, bekommt ihr dafür kosmische Unterstützung. Das Spannendste ist aber der neue Lilit-Transit in eurem Partnerhaus. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp aus der Sternenwerkstatt. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt für euch mit Fokus auf Heim und Familie. Vielleicht kommt Besuch, vielleicht steht ein Familienurlaub an. Wichtig ist jedenfalls, dass die Aufgaben fair verteilt werden. Nicht, dass einer von euch die Füße hochlegt und erwartet, dass alle anderen springen. Der Neumond in der Nacht zum 6. Juli fällt in den Bereich eurer Wurzeln und eurer Familie. Falls ihr hier also ein Projekt vorhabt oder vielleicht eine Renovierung oder einen Umzug, aber auch wenn es in der Familie was zu heilen gibt, dann könnt ihr diesen Neumond wunderbar dafür nutzen, um hier in einer Meditation oder mit einem Ritual Kraft und Energie zu tanken. Den ganzen Monat über wird außerdem Lilith, euer Partnerhaus, anregen. Es liegen prickelnde Begegnungen mit spannenden Menschen in der Luft und für die Singles unter euch ist wahrscheinlich auch ein heißer Flirt möglich. Das spüren jetzt die Märzwitter besonders intensiv. Finanziell ist die Zeit bis zum 20. Juli spannend, solange euer Herrscher Mars noch durch den Stier und damit durch euer Geldhaus wandert. Diese Phase solltet ihr nutzen, um eure Finanzen auf Vordermann zu bringen und auch um Gelder zu bekommen, die euch zustehen. Wenn ihr gern kreativ arbeitet, besonders wenn es um Sprachliches geht, habt ihr vom 2. bis zum 25. Juli eine tolle Zeit mit vielen guten Ideen und kreativen Gedanken. In den Tagen vom 12. bis zum 18. Juli solltet ihr ein bisschen auf euch aufpassen und euch nicht nervös machen lassen, sonst könnte es zu Verletzungen kommen. Sowohl im Zusammenleben als auch körperlich. Finanziell könntet ihr aber in dieser Zeit durchaus Glück haben, aber auch dazu neigen, große Risiken einzugehen. Am besten, ihr nehmt euch also vor, in diesen Tagen vom 12. bis 18. Juli keine überstürzten Entscheidungen zu treffen. Wenn es auf den Vollmond zugeht, spürt ihr vielleicht schon, dass Veränderungen in der Luft liegen. Ab dem 20. Juli schenkt euch Energiespender Mars für sechs Wochen geistige Power und Anregungen und Ideen. Aber ihr müsst euch vornehmen, euch gut zu konzentrieren und Prioritäten zu setzen. Sonst könntet ihr euch vor lauter Aktionismus verzetteln. Tags darauf, am Sonntag, den 21. Juli, ist dann Vollmond im Steinbock. Er regt euer Karrierehaus an, wundert euch deshalb nicht, wenn euch Gedanken rund um euer berufliches Fortkommen im Kopf herumgehen oder wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr arbeitet, obwohl Wochenende ist. Vielleicht gibt es ein wichtiges beruflich oder auch finanzielles Projekt, bei dem ihr im Licht des Vollmonds neue Erkenntnisse gewinnt. Haltet Smartphone oder Notizbuch bereit, um eure Gedanken und Ideen festzuhalten. Am 22. Juli wandert die Sonne in den strahlenden Löwen und schenkt euch für vier Wochen Power, Vitalität und Lebensfreude. Ideal für einen sportlichen Urlaub und auch schöne und aktive Zeiten mit eurem Nachwuchs. Die Märzwitter bekommen bis Ende des Monats noch einen Powerschub, um ihre beruflichen oder privaten Projekte mit voller Kraft voranzutreiben. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, spürt ihr vielleicht, dass ihr ein bisschen kürzer treten müsst, weil eine Innenschau ansteht oder weil es seelisch oder körperlich etwas zu heilen gibt. Hier könnt ihr in den letzten Julitagen große Fortschritte machen. Voraussetzung ist, dass ihr dieses Bedürfnis nicht verdrängt, sondern euch die Zeit und den Raum für Momente der Selbstliebe und der Heilung nehmt. Das waren eure Konstellationen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kraftvollen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Genießt die Zeit mit Kraftpaket Mars an eurer Seite. Und mit Glücksplanet Jupiter in eurem Geldhaus steht ihr auch nicht schlecht da. Viele Planeten stehen jetzt günstig für eure persönlichen und auch beruflichen Projekte. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch eine Einladung für euch. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Juli fängt für euch kraftvoll an. Was jetzt noch anliegt, könnt ihr erfolgreich abschließen oder gute Fortschritte machen, zum Beispiel bevor ihr in den Urlaub startet. Oder vielleicht gibt es ja eine sportliche Challenge, die euch reizt. Nur zu! Wenn ihr in der letzten Stierwoche Geburtstag habt, solltet ihr aber vom 12. bis 17. Juli aufpassen. Riskante Aktionen beim Sport oder Unachtsamkeit im Haushalt können dann zu Verletzungen führen. Aber insgesamt habt ihr eine starke Phase bis zum 20. Juli, in der ihr richtig was reißen könnt. Auch euer Sozialleben ist ausgefüllt und spannend. Es sieht nach regem Austausch mit Nachbarn, Freunden und auch innerhalb der Familie aus. Der Neumond im Krebs in der Nacht zum 6. Juli verstärkt diese sozialen Tendenzen. Wenn ihr den Kontakt mit netten Leuten sucht oder euch über eine wichtige Sache aussprechen oder vielleicht selbst ein Fest mit den Nachbarn planen wollt, für all diese Aktivitäten und Wünsche ist der Neumond günstig. Und da könnt ihr gegebenenfalls eine schöne Meditation oder ein Ritual abhalten, um diese Kräfte zu verstärken. Auch die Liebe profitiert von diesen Energien. Falls ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr auf einer Grillparty in der Nachbarschaft fündig werden. Oder vielleicht auch beim gemeinsamen Fußball gucken. Und den liierten Stieren würde ich empfehlen, selbst einzuladen. Ihr hättet viel Spaß mit euren Gästen. In der Zeit vom 11. bis 14. Juli gibt es allerdings ein kleines Achtung. Und das gilt besonders, wenn ihr in der ersten Stierwoche Geburtstag habt. Da liegt nämlich ein Gefühl von Eifersucht in der Luft. Jemand könnte sich zurückgesetzt fühlen, wenn ihr dann zum Beispiel arbeitet, obwohl Wochenende ist und ihr euch eigentlich gemeinsam etwas vorgenommen hattet. Auch finanziell sind diese Tage heikel. Haltet dann euer Geld lieber zusammen. Apropos Geld. Da wird die Zeit ab dem 20. Juli bis Monatsende interessant. Dann aktiviert nämlich Powerplanet Mars euer Geldhaus. Und das ist immer eine aktive Finanzphase. Sei es, dass ihr Gelder eintreiben könnt, die euch noch zustehen, oder dass ihr selbstbewusst verhandelt. Wenn da was ansteht, nutzt am besten die letzten 10 Tage des Monats dafür. Am 21. Juli haben wir den Vollmond im Steinbock. Da stehen die Sterne gut, um über eure Lebensphilosophie nachzudenken und darüber, welche Werte euch im Leben wichtig sind. Familie und finanzielle Sicherheit scheinen hier im Vordergrund zu stehen. Und tatsächlich könnte in den Tagen rund um den Vollmond eine finanzielle Zuwendung seitens der Familie kommen. Genau richtig zur Urlaubszeit. Und wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr euch nun vielleicht ein Möbelstück leisten. Und falls ihr eine neue Wohnung sucht, könnte es rund um diesen Vollmond damit klappen. Das wären auch alles gute Themen für eine Neumond-Meditation oder ein Wunschritual. Am 22. Juli beginnt dieses Jahr die Löwe-Saison. Für euch oft eine Zeit mit vielen Familienaktivitäten oder Besuch bei euch zu Hause. Allerdings sind die Tage bis zum 25. Juli etwas spannungsgeladen, vor allem für die Geborenen der ersten Stiertage. Zum Beispiel könnte eine Situation in der Arbeit euch mit Beschlag belegen und ihr habt keine Zeit mehr für private Dinge, was euch stresst. Ab dem 26. Juli gelingt es euch aber gut, alles zu organisieren. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wissbegierigen Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Der Juli verspricht euch ein glückliches Händchen für Geldgeschäfte und Investitionen. Eure Stimmung ist gut, freut euch auf viele spannende Gespräche und einen lustigen Sommermonat. Gleich schauen wir uns das näher an. Und wer wirklich nah an seinem Horoskop und auch an mir dran sein möchte, für den wäre meine Sterne-Community vielleicht eine gute Idee. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt, ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Falls euch die feinfühlige und emotionale Stimmung der letzten Juni-Tage ein bisschen zu viel geworden ist, habe ich eine gute Nachricht. Direkt ab dem 2. Juli ändert sich die Art zu kommunizieren und auch die Themen, was euch ziemlich gut gefallen dürfte. Kommunikationsplanet Merkur wechselt nämlich vom sensiblen Krebs in den strahlenden Löwen und das entspricht euch viel mehr. Ihr könnt dann lustig und lebhaft erzählen und auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Passt nur in der ersten Juli-Woche ein bisschen auf, da haben eure Worte eine besonders intensive Wirkung. Wenn ihr achtsam und bewusst damit umgeht, kann euch das beruflich richtig Power geben, zum Beispiel beim Verhandeln. Oder falls ihr therapeutisch arbeitet, dann könnt ihr bei euren Klientinnen und Patienten viel bewirken. Der Neumond in der Nacht zum 6. Juli fällt in euer Nachbarzeichen, den emotionalen Krebs und damit in euer kosmisches Geldhaus. Wenn ihr hier mit einem Ritual für mehr Wohlstand arbeiten wollt, dann wäre das eine gute Gelegenheit, um neue Impulse in eure Finanzen zu bringen. Auch wenn ihr euch schon immer mal mit eurem Money-Mindset befassen wolltet, ist die Nacht vom 5. auf den 6. Juli perfekt dafür geeignet. Ab dem 11. Juli werdet ihr für dreieinhalb Wochen Europameister im Flirten und Shackern sein. Dann habt ihr nämlich Liebesgöttin Venus an eurer Seite. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, dann ist das auch eine super Zeit für Dating-Apps oder soziale Events, bei denen man Leute kennenlernen kann. Auch beruflich ist es günstig, denn Venus verleiht euren Reden und Ansprachen in dieser Zeit besonders viel Glanz und ihr könnt einen attraktiven Auftritt hinlegen. Lust, euch zu bewegen und ins Schwitzen zu kommen, wird sich dann ab dem 20. Juli bei euch einstellen. Energiespender Mars wechselt dann nämlich in euer Zeichen und wird euch motivieren, runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe. Es ist ja vielleicht auch schon Ferienzeit bei euch, dann habt ihr im Idealfall sowieso mehr Zeit, als sonst euch auszupowern und richtig ins Schwitzen zu kommen. Wenn ihr fit werden wollt, nutzt die nächsten sechs Wochen, um euren Sommerbody zu formen. Auch für eure geistige Gesundheit kann das eine sehr effiziente Zeit sein. Nicht nur körperlicher Sport, auch Denkaufgaben bringen euch jetzt nach vorn. Im letzten Drittel des Monats ist aber auch sonst viel los. Am 21. Juli haben wir den zweiten Steinbockvollmond in diesem Jahr. Wisst ihr noch, was Ende Juni bei euch los war? Diese Themen können sich jetzt nochmal zeigen und können dann auch bearbeitet werden. Dabei geht es wahrscheinlich um eure Verbindlichkeiten und festen Partnerschaften. Am 22. Juli wandert die Sonne in den temperamentvollen Löwen und der Sommer erreicht seinen Höhepunkt. Für euch ist die Löwezeit eine super Phase und ihr habt bestimmt viele Einladungen zu Geburtstagen und anderen Veranstaltungen. Bevor der Monat sich verabschiedet, wechselt euer Herrscher Merkur in die pragmatische Jungfrau. Gleichzeitig wird heiler Chiron rückläufig. Da kann es zu Spannungen in eurem sozialen Umfeld und eurem Zuhause kommen. Wahrscheinlich, weil Pläne und Termine sich überschneiden und ihr dann eine Lösung finden müsst. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt das mit eurer klugen Art gut für alle regeln. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr gefühlvollen Krebse- und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Euch erwartet der wichtigste Neumond des Jahres in eurem Zeichen. Außerdem der zweite Beziehungsvollmond im Steinbock und auch im Bereich Geld und Finanzen habt ihr super Sterne. Falls ihr euer neues Lebensjahr mit einem neuen Projekt beginnen wollt, würde ich euch sehr gern in meine Community einladen. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt mit der Sonne im Krebs und wir haben eine sehr liebevolle und emotionale Zeitqualität. Liebesgöttin Venus wohnt ja auch gerade in eurem Palast und schenkt den Menschen von hier aus tiefe Gefühle. Ihr fühlt euch wahrscheinlich pudelwohl und solltet wichtige Termine möglichst in die Zeit bis zum 11. Juli legen. Bei Geschäftsterminen und wichtigen Kundenpräsentationen seid ihr dann besonders charmant und überzeugend. Und auch privat kann euch wahrscheinlich niemand etwas abschlagen. Flirts und Beziehungen sind jetzt sehr erfreulich für euch. In der Nacht auf den 6. Juli feiert ihr den wichtigsten Neumond des Jahres im Krebs und der legt nicht nur den Grundstein für den neuen Mondzyklus, sondern auch für euer neues Lebensjahr. Ich würde euch ein Ritual für den Abend vom 5. Juli empfehlen. Geht in die Stille und visualisiert die Energie eures Herzens. Für was schlägt es? Wo durftet ihr im vergangenen Jahr viel lernen? Und was habt ihr für Pläne für die kommenden zwölf Monate? Adressiert alles an das Universum und schickt eure Gedanken und Bitten in die Sterne. Ich bin mir sicher, sie werden euch antworten. Am 11. Juli verlässt euch dann die Venus und wandert weiter in euer Nachbarzeichen, den stolzen Löwen. Für euch ist das eine sehr günstige Phase für Investitionen und Geldthemen. In diesen Tagen könnte Venus euch aber auch erst mal nach eurem Selbstwert fragen. Liebt ihr euch so, wie ihr seid? Oder macht ihr das von äußeren Faktoren wie eurem beruflichen Status oder eurem Beziehungsstatus abhängig? Gerade wenn ihr euch viel über euren Job identifiziert, kann es hier auch zu nicht ganz so einfachen Erkenntnissen kommen. Vielleicht muss etwas geheilt werden, denn Chiron, der verwundete Heiler, steht in eurem Karrierehaus. Ab dem 20. Juli beginnt dann eine Phase für euch, in der ihr ein Bedürfnis nach Rückzug und Stille haben könntet. Nach dem ganzen Feiern rund um euren Geburtstag ist jetzt vielleicht ein bisschen die Luft raus und ihr möchtet am liebsten in der Sonne liegen und es euch gut gehen lassen. Der Vollmond am 21. Juli in eurem Partnerhaus ist der zweite Vollmond, bei dem es um eure Beziehungen geht. Wie war der Juni-Vollmond für euch? Es kann gut sein, dass sich Themen hier nochmal zeigen, die ihr bereits von Ende Juni her kennt. Es ist eine tolle Zeitqualität, um Beziehungen zu heilen oder auch neue Partnerschaften, egal ob in der Liebe oder im Job, in euer Leben zu ziehen. Am 22. Juli um 9.44 Uhr verlässt euch die Sonne dieses Jahr und wandert in euren Nachbarzeichen, den strahlenden Löwen. Der Energiewechsel wird sehr deutlich sein. Nach dem seelischen Tiefgang der letzten Wochen habt ihr jetzt vielleicht wieder Lust, ans Ufer zu kommen und euch mit praktischen Dingen wie eurem Geld und euren Finanzen zu beschäftigen. Gerade wenn ihr viel Geld für eure Geburtstagsparty ausgegeben habt, kann das nötig sein. Zum Monatsende habt ihr dann vielleicht nochmal die Chance, über eine verworrene Jobsituation zu reden. Nutzt das auf jeden Fall. Ihr werdet euch direkt besser fühlen. Ab dem 26. Juli habt ihr kosmischen Rückenwind für klärende Gespräche. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr energiegeladenen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Vor euch liegt ein aufregendes neues Lebensjahr und die gefühlvolle Qualität der Krebszeit könnt ihr jetzt super nutzen, um mit eurem vergangenen Jahr abzuschließen. Wenn ihr mehr über euch selbst und die Sterne lernen wollt, dann macht euch doch ein super Geschenk und kommt zu mir in die neue Community. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Juli macht euch gleich zu Beginn super kommunikativ, weil Götterbote Merkur direkt am 2. Juli in euer Zeichen wandert und euch hier bis zum 26. mit vielen Ideen und tollen Gesprächen beschenkt. Für wichtige Termine mit Vorgesetzten oder Kunden ist das eine superproduktive Phase. Ihr könnt euch gut ausdrücken und trefft automatisch den richtigen Ton. Auch für euer Privatleben ist das eine gute Nachricht. Singles flirten wie von selbst und sollten die Zeit für Dating-Aktivitäten nutzen, wenn sie gerade auf der Suche sind. Auch die Festliierten unter euch werden tolle Gespräche mit ihren Lieblingsmenschen führen. Wenn wir uns auf den Neumond am 6. Juli im sensiblen Krebs zu bewegen, kann allerdings auch Eifersucht in der Luft liegen. Die Gefühle sind dann sehr intensiv und der ein oder andere ist vielleicht besonders empfindsam. Seid also bitte in der ersten Juliwoche sanfter als sonst mit eurem Schatz. Es könnte auch sein, dass ihr zu Neumond intensive Träume habt und ein größeres Bedürfnis nach Rückzug verspürt. Für plötzliche Eingebungen haltet auf jeden Fall das Traumtagebuch oder den Notizblock bereit. Neue Energie für die Liebe gibt es dann ab dem 11. Juli. Da wandert nämlich Liebesgöttin Venus in euer Zeichen und dann werden auf Worte auch Taten folgen. Venus wird euer Charme-Level noch weiter in die Höhe schrauben. Das ist nicht nur für die Liebe gut, dann können auch Geldthemen und Abschlüsse zur Umsetzung kommen. Bis zum 11. führt ihr vielleicht noch die ersten Gespräche und für den Rest des Monats gelingen euch dann Erfolge wie von selbst, wenn das mal keine guten Aussichten sind. Auch in der Liebe können sich lustvolle Momente ergeben. Eine besonders heiße erotische Phase steht um die Monatsmitte herum in den Sternen. Da datet Venus nämlich den tiefgründigen Pluto und nimmt euch mit in neue erotische Dimensionen. Eine Date-Night, sei es mit eurem Schatz oder mit einer neuen Bekanntschaft, wäre dann genau das Richtige für euch. Nur solltet ihr auch hier darauf achten, möglichen Eifersüchteleien weiträumig aus dem Weg zu gehen. Mitte Juli macht dann auch Kampfplanet Mars von sich reden. Er trifft sich mit dem innovativen Uranus in eurem Karrierebereich. Dann kann es zu richtigen Durchbrüchen kommen, wenn es eine festgefahrene Situation gab. Auch unerwartete Wendungen sind möglich und ein Projekt geht vielleicht in eine ganz andere Richtung, als ihr erwartet habt. Jedoch kann vom 12. bis 17. Juli auch die Verletzungsgefahr erhöht sein. Also seid besonders achtsam. Die Spannung legt sich dann zum 20. Juli wieder und dann geht Mars in die geselligen Zwillinge und versorgt euren Freundes- und Freizeitbereich für die nächsten Wochen mit viel Energie und Unternehmungslust. Bevor endlich offiziell eure Herrschaftszeit losgeht, haben wir am 21. Juli noch den Vollmond im konzentrierten Steinbock. Für euch ist das eine ideale Möglichkeit, um noch ein oder zwei Fastentage einzulegen, bevor die große Party- und Feiersaison des Jahres losgeht. Und das passiert dieses Jahr am 22. Juli morgens um 9.44 Uhr. Dann geht die Sonne in den stolzen Löwen und die prächtigste Phase des Sommers beginnt. Für die nächsten vier Wochen steht ihr im kosmischen Scheinwerferlicht. Und weil Kommunikationsplanet Merkur am 26. Juli in die umsichtige Jungfrau wechselt, wird eure Partyplanung dieses Jahr besonders gut gelingen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr smarten Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Im neuen Monat geht es viel um eure beruflichen Ziele. Wenn ihr schon länger etwas verändern wollt, dann könntet ihr jetzt den nötigen Mut finden. Aber auch euer soziales Umfeld und eure Freundschaften spielen eine große Rolle. Wenn ihr auf der Suche nach einer Gruppe von Gleichgesinnten seid, dann könnte euch dies vielleicht interessieren. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt, ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Juli bringt euch eine gesellige Zeit mit vielen sozialen Aktivitäten wie Sommerfesten in euren Vereinen und Geburtstagen in eurem Freundeskreis und solche Sachen. Den ganzen Monat über könntet ihr außerdem sehr intensive Träume haben und das Bedürfnis verspüren, euch über spirituelle Themen auszutauschen oder euch hier mehr Wissen anzueignen. Vielleicht wollt ihr ja auch in eurem Alltag mehr Raum für die geistige Welt schaffen. Gerade im Juli, wo es so früh hell wird, lohnt es sich, ein paar Minuten früher aufzustehen, um euch Zeit für eure Seele zu nehmen und Innenschau zu betreiben. Das Bedürfnis dazu wird im Laufe des Monats sogar immer stärker, vor allem ab dem 11. Juli und dann besonders ab dem 22., wenn die Sonne in euren Lebensbereich für Rückzug und Spiritualität wandert. Doch zuvor haben wir erstmal den Neumond im mitfühlenden Krebs in der Nacht zum 6. Juli. Und hier geht es für euch um eure Freundschaften und Wahlverwandtschaften. Und weil der verwundete Heiler Chiron ebenfalls zu Neumond aktiviert wird, könnte es ein sehr heilsamer Tag für eure sozialen Netzwerke sein. Vielleicht liegt hier etwas im Argen, vielleicht gab es einen Konflikt oder eine Verletzung durch einen Freund oder eine Freundin, die jetzt geheilt werden darf. Es ist auch ein guter Neumond, falls ihr euch ein größeres soziales Netz oder neue Freunde wünscht. In einer Meditation könntet ihr solchen Themen wunderbar nachgehen. Kampfplanet Mars macht diesen Monat ebenfalls von sich reden. Zuerst trifft er am 15. Juli auf den Revoluzzer Uranus und schickt euch von dort aus starke geistige Ideen für spannende Ideen, zum Beispiel Weiterbildung oder Reisen. Falls ihr jetzt unverhofft von einer tollen Schulung erfahrt oder in eurem Newsfeed ein bisher unbekanntes Reiseziel vorgeschlagen bekommt, dann solltet ihr dem vielleicht nachgehen. Aktion ist jetzt Trumpf. Ein paar Tage später, am 20. Juli, wechselt Krieger Mars dann in die agilen Zwillinge und wird für die nächsten Wochen in euren Büros und Meetingräumen wirken. Das kann eine superproduktive Zeit für euch werden, in der ihr viel geschafft bekommt und euch vielleicht sogar mit eurem Fleiß und eurer Power hervorheben könnt. Aber eine entspannte Zeit wird das wohl nicht. Und trotz Hochsommer habt ihr einfach viel zu tun und seid sehr gefragt. Es kann auch mal zu der ein oder anderen wortreichen Auseinandersetzung kommen. Achtet ein bisschen drauf, andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Den zweiten Steinbock-Vollmond des Jahres haben wir am 21. Juli und hier können sich Themen nochmal zeigen, die Ende Juni schon mal aufgekommen sind. Es ist auch ein Vollmond, an dem ihr euch mit Zukunftsthemen eurer Arbeitswelt beschäftigen könnt. Und nicht zuletzt ist es eine kräftigende und anregende Energie, die euch mit Spaß und Kreativität beschenkt. Einen Tag später, am 22. Juli, wandert dann die Sonne in euren Nachbarzeichen Löwe und die heißeste Phase des Hochsommers beginnt. Für euch ist große Hitze oft sehr anstrengend und nun sehnt ihr euch nach Sommerferien und Faulenzen. Möglich auch, dass ihr euch ein bisschen zurückziehen und Zeit für euch selbst und eure Spiritualität haben möchtet. Doch am 26. Juli wechselt euer Herrscher Merkur in euer Zeichen Jungfrau und unterstützt eure kluge und kommunikative Art. Spätestens dann steht euch der Sinn auch wieder nach Gesellschaft. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten, vagegeborenen und vage-Ascendenten. Wahrscheinlich seid ihr trotz beginnender Urlaubszeit beruflich noch ziemlich eingespannt. Doch eure Beziehungen und eure persönliche Entwicklung werden immer wichtiger, denn die wilde Lilith ist jetzt in der Waage angekommen. Und woran ihr das merkt, das schauen wir uns gleich näher an. Wenn ihr wirklich nah an eurem Horoskop und an mir dran sein wollt, könnte euch das hier interessieren. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt, ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juli rücken Beziehungsthemen und persönliche Freiheit in den Vordergrund, denn Lilith ist soeben in die Waage gegangen. Sie erfüllt euch mit einer neuen Energie, die eure persönliche Entwicklung ankurbelt und euren Umgang mit anderen beeinflusst. Aber falls ihr jetzt nicht gerade im Urlaub seid, gibt es auch viel Berufliches zu tun. Vor allem die ersten beiden Juli-Wochen können ganz schön ausgefüllt sein mit Meetings, Präsentationen und wichtigen Entscheidungen. Und da solltet ihr euch dann auch darauf konzentrieren, denn ihr könnt gut vorankommen und sogar die Weichen für einen langfristigen Erfolg stellen. Dafür könnt ihr dann auch die Kraft des Neumondes nutzen. Der findet in der Nacht zum 6. Juli im Krebs statt und aktiviert euren kosmischen Bereich der Karriere und der persönlichen Berufung. Falls ihr wichtige Geschäfts- oder Finanzpartner habt, denkt auch darüber nach, wie ihr die einbinden könntet. Gegebenenfalls ist es auch euer Herzensmensch, der euch beruflich unterstützen kann. Einige von euch sind möglicherweise auch stark mit einem Beziehungspartner beschäftigt, der vielleicht erkrankt ist oder auf andere Weise Hilfe braucht. Da müsst ihr einen kühlen Kopf bewahren und euch gut organisieren, damit ihr eure beruflichen Chancen nutzen könnt und trotzdem eurer privaten Verantwortung gerecht werdet. Ab dem 11. Juli wird eure Schutzpatronin Venus in den Löwen gehen und beschert euch dann für dreieinhalb Wochen mehr Leichtigkeit und Spaß, vor allem in euren freundschaftlichen Beziehungen und auch im beruflichen Netzwerk. Den Singles unter euch fällt es leicht zu flirten und neue Kontakte zu knöpfen. Wenn ihr in der ersten Vagewoche Geburtstag habt, kann sich das Leben jetzt sehr speziell für euch anfühlen, denn ihr steht nun unter dem direkten Einfluss der wilden Lilith. Vielleicht erlebt ihr Situationen mit spannenden Menschen oder engagiert euch künstlerisch oder politisch und spürt dabei intensive Emotionen, die ihr sonst so gar nicht an euch kennt. Ihr seid vielleicht spontaner, kompromissloser, einfach irgendwie wilder als sonst. Kommt ihr damit klar oder steht es im Widerspruch zu eurer sonstigen freundlichen und diplomatischen Art? Betrachtet es als Chance, mithilfe von Lilith auch mal Nein zu sagen und zu dem zu stehen, was ihr wirklich machen wollt, auch wenn andere es gewagt finden oder nicht absegnen. Wenn ihr kreativ arbeitet, dürft ihr euch freuen und falls noch nicht, könnt ihr eure kreative Ader jetzt entdecken. Der Einfluss von Lilith bringt es mit sich, dass man aus allem, was einem begegnet, Inspiration und Erkenntnis zieht. Auch oder sogar gerade dann, wenn es ein bisschen schräg oder befremdlich ist. Schnappt euch also eure kreativen Werkzeuge und legt los. Auch ihr anderen Wagen könntet das spüren, falls andere Faktoren in eurem Horoskop die Kraft der Lilith schon empfangen. Während Lilith euch befreien möchte, bekommt sie Verstärkung von Energieplanet Mars. Der stärkt ab dem 20. Juli für sechs Wochen eure geistige Kraft und weckt euer Fernweh. Und wenn dann am 22. Juli auch noch die Sonne in den Löwen geht, spätestens dann wollt ihr frei sein, reisen, Urlaub machen, was erleben, flirten und das Leben genießen. Allerdings haben wir am 21. vorher noch den Vollmond im Steinbock und der wirft ein Licht auf eure Verantwortung bei beruflichen und familiären Themen. Gibt es hier noch was zu tun oder zu heilen? Dann müsst ihr euch dem nochmal zuwenden. Doch insgesamt dürft ihr euch in der Löwe-Saison auf schöne, kreative und anregende Sommerwochen freuen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr leidenschaftlichen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Im Juli habt ihr viel Schubkraft und Mut für Fernreisen und neue philosophische Konzepte. Vielleicht ist ja auch die Astrologie für euch der richtige Weg, um mehr über die Geheimnisse des Lebens zu erfahren. In dem Fall habe ich hier noch eine wichtige Botschaft für euch. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juli habt ihr eine wunderbare Energie und eine große Sehnsucht nach fernen Ländern und exotischen Orten. Ich hoffe, ihr könnt viel Zeit am Wasser genießen, idealerweise an einem traumhaften Südseestrand. Aber auch der Baggersee oder ein Fluss in eurer Nähe helfen euch, euer inneres Wasserelement gut zum Fließen zu bringen. Bis zum 10. Juli habt ihr besonders gute Chancen, einen tollen Flirt auf einer Reise zu finden oder auch Geschäftsangebote zu erhalten, die mit Regionen zu tun haben, wo ihr noch nicht wart. Bleibt hier auf jeden Fall offen und lasst euch inspirieren, gerade wenn es auf den Neumond am 6. Juli zugeht. Der findet im liebevollen Krebs statt und aktiviert damit euren Optimismus und den Wunsch nach neuen Horizonten. Vielleicht hört ihr schon länger den inneren Ruf, eure Segel zu setzen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Dann könntet ihr jetzt in einer Meditation die Eingebung finden, nach der ihr euch schon lange sehnt. Was ich mir bei euch auch gut vorstellen kann, ist, dass sich vielleicht durch einen neuen Menschen in eurem Leben so einiges ändert. Das kann durchaus eine Romanze sein, aber genauso gut ein wichtiger Mensch wie ein enger Freund oder eine gute Kollegin. Wenn ihr eine Einladung für ein gemeinsames Abenteuer erhaltet oder auch selbst euch der Sinn danach steht, mit einem geschätzten Menschen auf Reisen zu gehen, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Die Sterne stehen gut dafür, dass ihr eine tolle Zeit haben werdet. Ab dem 11. Juli kommt langsam wieder mehr Fahrt in die berufliche oder auch öffentliche Seite eures Lebens. Vielleicht ist das süße Nichtstun der Urlaubszeit dann schon wieder vorbei und der Schreibtisch biegt sich unter ungelesenen E-Mails. Rund um die Monatsmitte solltet ihr nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr gerne im Büro mit dem einen oder anderen Kollegen flirtet. Da könnte der Haussegen ziemlich schnell schiefhängen und eine gute Prise Eifersucht liegt in der Luft. Passt hier ein bisschen auf, dass sich aus einer harmlosen Geschichte nicht ein Streit mit eurem Schatz ergibt. Krieger Mars könnte euch in den Tagen vom 12. bis zum 18. Juli anstacheln, direkt Schluss zu machen. Übrigens ist in diesen Tagen auch die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ihr unachtsam seid. Lasst euch also nicht hetzen und nicht provozieren und im Zweifelsfalle wendet die 90-Sekunden-Regel an. Wenn es aber doch um tiefer liegende Probleme zwischen euch und eurem Schatz geht, könntet ihr ab dem 20. Juli die Kraft und den Mut finden, Themen gemeinsam anzugehen. Zum Beispiel mit einem Therapeuten oder einer Paarberatung. Auch der zweite Steinbock-Vollmond im Juli am 21. hilft euch dabei, ernsthafte Gespräche zu führen und gemeinsam auch schwierige Themen zu meistern. Der Kosmos unterstützt euch auf jeden Fall dabei, in die Transformation zu gehen, egal ob allein oder zu zweit. Am 22. Juli wechselt die Sonne in den kraftvollen Löwen und lenkt ihr kosmisches Scheinwerferlicht auf eure Berufung und euren Seelenweg. Vielleicht habt ihr jetzt im Hochsommer tolle Möglichkeiten, euch zu beweisen oder einen neuen Blickwinkel auf Berufsthemen zu bekommen, etwa weil ihr eine Urlaubsvertretung macht. Auch für eure Finanzen ist das eine super Phase. Vielleicht winkt euch ein lukativer Bonus oder eine Gehaltserhöhung. Vergesst aber dann auch nicht euren Freundeskreis, mit dem ihr Ende des Monats besonders schöne Gespräche an lauen Sommerabenden führen könnt. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr weltoffenen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Der Transit von Jupiter durch euer Partnerhaus beginnt sich jetzt voll zu entfalten und ich bin sehr gespannt, ob ihr schon tolle neue Leute kennengelernt habt. Im Juli geht es bei euch viel um eure verbindlichen Beziehungen, aber auch eure Reiselust und euer Entdeckerdrang werden geweckt. Falls ihr auf der Suche nach neuen Impulsen und Gleichgesinnten seid, habe ich vielleicht genau die richtigen Neuigkeiten aus der Sternenwerkstatt. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juli geht es bei euch viel um Verbindlichkeiten und Verträge. Das sind Themen, die sich vielleicht erstmal ein bisschen nach unnötigen Verpflichtungen anhören, aber es ist eine gute Zeit für euch, um euch tiefer einzulassen. Frische Partnerschaften können jetzt an Tiefe gewinnen und das gilt sowohl für private als auch geschäftliche Beziehungen. Auch intensivere Erotik und eine neue Ebene des Vertrauens könnt ihr mit der gefühlvollen Krebsenergie erreichen. Wenn ihr hier etwas manifestieren wollt, dann eignet sich der Neumond in der Nacht zum 6. Juli sehr gut für ein Ritual oder eine Meditation. Besonders wenn es euch schwerfällt, euch für etwas wirklich zu engagieren, ist das eine gute Gelegenheit, um in die Tiefe zu gehen. Achtet rund um den Neumond auch ein bisschen darauf, wie ihr mit euren Kindern interagiert. Es kann zu Meinungsverschiedenheiten über Grenzen und Freiheiten kommen. Versucht hier, möglichst gelassen und verständnisvoll zu bleiben. Ab dem 11. Juli bekommt ihr für die nächsten Wochen eine kosmische Charme-Offensive. Liebesgöttin Venus wechselt dann in den strahlenden Löwen und hilft euch mit ihrer temperamentvollen Art dabei, besonders attraktiv zu wirken. Und ab dem 20. Juli wird es noch prickelnder in eurem Liebesleben, denn Mars wechselt dann in euer Partnerhaus. In den lebhaften Zwillingen verspricht das vor allem Action und viel Abenteuerlust mit euren Lieblingsmenschen. Es ergeben sich jetzt geistreiche und schlagfertige Gespräche, so wie ihr es am liebsten mögt. Falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Beziehung seid, ist es jetzt gut möglich, dass ihr jemanden bei einer sportlichen Aktivität oder in den Ferien kennenlernt. Vielleicht macht ihr einen Urlaub mit dem Mountainbike oder geht in eurer Freizeit einer neuen Sportart nach. Da könnte der Liebesblitz dann zuschlagen. Und auch alle Liierten unter euch sollten die Zeitqualität nutzen, um mit dem oder der Liebsten aktiv den Sommer zu gestalten und nicht nur auf dem Sofa zu sitzen. Das kann eure Beziehung wunderbar beleben. Den zweiten Vollmond im verlässlichen Steinbock in diesem Jahr haben wir am 21. Juni. Themen, die euren Selbstwert betreffen oder auch finanzielle Angelegenheiten, die sich Ende Juni schon mal gezeigt haben, können jetzt noch mal auf den Tisch kommen. Direkt zu Vollmond ist es eine eher ungünstige Zeit für Investitionen. Wartet dann lieber ein paar Tage ab. Aber ihr könnt die Zeit nutzen, um über Werte-Themen in eurem Leben zu meditieren. Einen Tag später, am 22. Juli, wechselt dann die Sonne in den kraftvollen Löwen und versorgt euch für die nächsten vier Wochen mit Herzensenergie und Lebensfreude. Ihr habt sicher viele Freunde und Bekannte aus dem Zeichen Löwe und werdet die Zeit mit vielen Sommerfesten und Geburtstagen verbringen. Bei aller Feierlaune kann es aber ab dem 26. ein bisschen stressig im Job bei euch werden, denn Merkur belebt euren Beruf und euer öffentliches Leben. Vielleicht ergibt sich eine tolle Möglichkeit, die Karriere einen Schritt weiterzubringen, aber um den Preis, dass ihr dafür euren Sommerurlaub verkürzen müsstet. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Trefft eine Entscheidung, die sich für euch richtig anfühlt. Aber wenn möglich nicht aus schlechtem Gewissen gegenüber eurem Arbeitgeber. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr tatkräftigen Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Wart ihr im Juni auch so busy wie ich? Da hatten wir Steinböcke ja unseren kosmischen Arbeitsraum voller Planeten und auch jetzt steht da immer noch Jupiter in den Zwillingen und sorgt dafür, dass jeder, der will, genug zu tun hat. Doch jetzt in der Krebssaison sind erstmal Partnerschaft und Liebesthemen großgeschrieben und das ist gut so. Gleich schauen wir uns das näher an. Vorher möchte ich noch eine wundervolle Erfahrung mit euch teilen. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wir Steinböcke können ja auch richtige Genussmenschen sein. Seht ihr das auch so? Besonders jetzt, wo der Mars im Stier steht, ist der Spaß an körperlichen Aktivitäten großgeschrieben. Auch die Lust auf Erotik. Und wenn ihr Kinder habt, dann lasst euch von ihnen antreiben und vom Schreibtisch weglocken, um etwas Schönes zu unternehmen. Bis zum 20. Juli dauert diese Powerphase. Die solltet ihr auskosten. Die Liebessterne können sich ebenfalls sehen lassen. Der Neumond im Krebs in der Nacht zum 6. Juli ist ein besonders wichtiger Beziehungsneumond für euch. Also widmet euch eurem Schatz und wenn ihr Single seid, ist die Nacht vom 5. auf den 6. Juli ideal für ein Ritual, um den Traumpartner zu visualisieren und ins Leben zu ziehen. Bis zum 11. Juli fällt euch das Flirten leicht. Danach kann es schon etwas verbindlicher werden. Und falls ihr in der Zeit zuvor bereits angewandelt habt, könntet ihr euch dann vielleicht sogar schon eine feste Beziehung vorstellen. Ihr findet die richtige Mischung aus Seriosität, Sinnlichkeit und Prickeln, die euch sehr attraktiv macht und andere in euren Bann zieht. Auch eure festen Partnerschaften profitieren von dieser Energie. In der ersten Monatshälfte seid ihr geradezu unwiderstehlich und wahrscheinlich habt ihr auch Lust, euch der Liebe und Lebensfreude hinzugeben, mehr als immer nur euren Pflichten im Job nachzugehen. Es sind eher Verpflichtungen gegenüber Familienmitgliedern, die euch beschäftigt halten. Besonders, wenn ihr in der letzten Steinbock-Woche geboren seid. Vielleicht müsst ihr dann mal eine Verabredung oder einen Lifestyle-Termin sausen lassen, um euch jemandem zu widmen, der euch braucht. Ich spreche da aus Erfahrung, weil meine betagte Mutter viel Zuwendung und Hilfe benötigt. Auch dieses Thema kann sich im Krebsneumond manifestieren und ihr könnt seine Kraft nutzen, falls ihr diesbezüglich Wünsche habt oder Hilfe braucht. Gerade in den Tagen vom 12. bis 16. Juli kann es hier zu einem Hilferuf kommen, dem ihr dann folgen müsst. Der Kosmos schenkt euch aber Kraft und Einsicht für solche Aufgaben und wahrscheinlich auch tatkräftige Unterstützung. Entweder seitens anderer Familienmitglieder oder eurer Geschwister. Das kriegt ihr schon alles hin und habt trotzdem noch Zeit, das Leben zu genießen. Einen Shift in der Energie spürt ihr ab dem 20. Juli. Dann wandert Mars in die Zwillinge und beschert euch womöglich für die nächsten sechs Wochen einen kräftigen neuen Workload. Möglich, dass man euch dann plötzlich um eine Urlaubsvertretung bittet. Und wenn ihr dann schon in den Ferien seid, dann lasst das Diensthandy lieber ausgeschaltet. Bevor dann die Sonne in den Löwen wechselt, haben wir den zweiten Vollmond des Jahres im Steinbock am 21. Juli. Sinniert mal darüber nach, was sich euch beim Juni-Vollmond schon gezeigt hat. Vielleicht tauchen diese Themen nochmal auf und wahrscheinlich haben sie etwas mit Beziehungsfragen zu tun. Ihr habt dann nochmal die Gelegenheit, euch darum zu kümmern oder, wenn nötig, hier etwas zu heilen oder zu klären. Am 22. Juli beginnt die Löwesaison und die Sonne aktiviert eure festen Beziehungen, aber auch Vertragsthemen. Es kann gut sein, dass es hier Klärungsbedarf gibt. Kosmische Unterstützung und Ideen für pragmatische Lösungen erhaltet ihr ab dem 26. Juli von Denka Merkur. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr originellen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Merkt ihr schon was von dem glückbringenden Jupiter-Aspekt? Oder empfindet ihr euer Leben gerade eher als stressig? Auf jeden Fall scheint es intensiv und ausgefüllt zu sein. Das schauen wir uns gleich näher an. Wenn ihr wirklich nah an eurem Horoskop oder auch an mir dran sein möchtet, dann habe ich noch eine persönliche Botschaft für euch. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Euer Monat beginnt gleich aktiv und vielleicht seid ihr auch innerlich ein bisschen aufgewühlt, besonders wenn ihr in den ersten Wassermann-Tagen Geburtstag habt. In euren Beziehungen oder auch bei geschäftlichen Meetings kann es zu intensiven Diskussionen kommen, die euch herausfordern. Hier müsst ihr den ganzen Monat über achtsam sein und ein bisschen Diplomatie walten lassen. Ihr mögt Dinge schneller verstehen als andere, aber es wäre trotzdem nicht klug, wenn ihr dann ungeduldig oder sogar herablassend rüberkämt. Also versucht, in die Empathie zu gehen. Wenn euch das gelingt und ihr eure Worte mit Bedacht wählt, dann könnt ihr nämlich sehr überzeugend wirken und viel erreichen. Für die Geburtstagskinder der letzten Wassermannwoche kann es stressige Momente im Familienleben oder in der Wohnsituation geben. Ihr übrigen Wassermanngeborenen genießt jetzt gerade den schönen Jupiter-Aspekt und seid mehr auf Dinge fokussiert, die euch Spaß machen. Gut so. Insgesamt müsst ihr da mal reinspüren, welche von diesen Themen euch gerade am meisten betreffen. Genauer kann ich das an dieser Stelle nicht sagen, ohne euer persönliches Horoskop zu kennen. Aber insgesamt ist es sicherlich für euch alle ein recht ausgefüllter und intensiver Monat trotz Urlaubszeit. Der Neumond im Krebs in der Nacht zum 6. Juli lenkt die Energie auf Themen rund um euren Berufsalltag und eure Gesundheit. Tatsächlich sind Verbesserungen am Arbeitsplatz möglich und vielleicht könnt ihr auch im Urlaub eurer Gesundheit ein bisschen was Gutes tun. Möglicherweise seid ihr aber auch mit einem handwerklichen Projekt bei euch zu Hause beschäftigt und da dürfte es trotz gelegentlicher Reibereien recht gut vorangehen. Erfreuliche Nachrichten gibt es in der Liebe. Ab dem 11. Juli steigen die Flirtchancen und die geselligen Gelegenheiten spürbar an. Für einige von euch steht sogar eine intensive Beziehungsphase an, gerade rund um die Monat Mitte. Jemand, der euch sehr mag, ist vielleicht enttäuscht oder eifersüchtig, wenn ihr zu viel mit etwas anderem beschäftigt seid. Ist euch die Person wichtig? Dann lasst doch einfach mal alles stehen und liegen und unternehmt etwas Schönes gemeinsam mit dieser Person, denn das kann sehr lustvoll und prickelnd werden. Zwischen dem 12. und dem 17. Juli kommt eine Challenge mit dem ungestümen Mars auf euch zu und dann gilt, in der Ruhe liegt die Kraft. Sonst kann es zu Verletzungen kommen, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch im Haushalt. Bitte jetzt nicht auf einen wackeligen Stuhl steigen, um eine Lampe auszuwechseln. Ab dem 20. Juli steht Mars dann für sechs Wochen wieder richtig gut und was vorher nicht gelungen ist, klappt dann wahrscheinlich reibungslos. Außerdem ist es eine schöne Energie für Liebeslust, Abenteuer, Spaß, Spiel und Sport. Doch bevor ihr euch diesem Flow hingeben könnt, erinnert euch der Vollmond am 21. Juli nochmal an Heilungsthemen, die noch ungeklärt sind. Mit dem mysteriösen Pluto in eurem Zeichen habt ihr vielleicht tiefschürfende Gedanken über Leben und Tod und die Zukunft. Macht doch eine Vollmond-Meditation zum Thema Vertrauen und Hingabe. Ihr könnt nämlich darauf vertrauen, dass ihr im richtigen Moment wisst, was zu tun ist. Wenn am 22. Juli die Löwe-Saison beginnt, belebt die Sonne für die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus. Manchen von euch wird nun bewusst, was es in euren Beziehungen zu transformieren gibt. Bis Monatsende ist das besonders intensiv, aber es lohnt sich, daran zu arbeiten. Der Kosmos kann euch jetzt zu einem Durchbruch verhelfen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr hilfsbereiten Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Der Juli bringt euch mit der Krebssaison wunderschöne Energien, die euch dabei helfen, in eurem Wasserelement zu baden. Eure Kreativität und eure Herzensenergie sind aktiviert und ihr erlebt sicher auch viele schöne Stunden mit euren Kindern und anderen jüngeren Menschen. Wenn ihr auf der Suche nach Gleichgesinnten seid, die mit euch im gleichen Strom schwimmen, dann habe ich noch einen wertvollen Tipp für euch. Meine Community ist jetzt eröffnet und ich bin ganz überwältigt davon, wie schön es ist. Da ist so viel authentischer und berührender Austausch. Das ist so nah und so echt. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen. Und für die Mitglieder ist es eine wundervolle Möglichkeit, tief in ihr eigenes Geburtshoroskop einzutauchen und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Deshalb lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, dabei zu sein. Dafür habe ich das Einführungsangebot sogar nochmal verlängert. Noch bis zum 30. Juni könnt ihr 150 Euro auf den Jahresbeitrag sparen. Wenn ihr den Spirit der Astrologie liebt, dann kommt zu uns. Den Link zur Buchung findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Juli habt ihr bestimmt viele künstlerische Eingebungen und Impulse, euch kreativ auszutoben. Und dem solltet ihr dann auch nachgehen. Vielleicht ergibt sich sogar eine Möglichkeit, eure Kreationen zu verkaufen. Bis zum 10. Juli können sich gute Gelegenheiten ergeben, auch finanzielle Erfolge für Dinge einzufahren, die ihr eigentlich als Hobby gedacht habt. Wenn ihr euch mehr Inspirationen in eurem Leben wünscht oder wenn es Themen mit euren Kindern oder Enkeln gibt, bei denen ihr die Unterstützung der Sterne gebrauchen könnt, dann bietet sich der Neumond im Krebs in der Nacht zum 6. Juli an. Besonders hilfreich wäre es, wenn ihr euch zu einer Meditation oder einem Ritual an einen See oder Fluss begeben würdet. So wird euer Element Wasser besonders schön aktiviert und ihr könnt Blockaden auflösen und sie wieder in den Flow bringen. Auch um euren Selbstwert zu stärken und euch mehr mit euch selbst zu verbinden, eignet sich dieser Neumond besonders gut. Mitte des Monats wird die Energie dann aktiver. Die gefühlvolle Zeit der Krebse nähert sich langsam ihrem Ende. Venus wechselt am 11. Juli in den Löwen und erinnert euch daran, dass ihr in eurem Alltag so einiges zu tun habt, gerade wenn es um euren Job geht. Vielleicht könnt ihr etwas an eurem Arbeitsplatz verbessern oder verschönern. Es ist aber auch eine günstige Zeit für Schönheitsbehandlungen oder ein Besuch in eurem Nagelstudio. Die Ergebnisse fallen jetzt besonders attraktiv aus. Auch für Finanzgeschäfte ist das eine günstige Phase. Ab dem 20. Juli ist dann richtig was los am Sternenhimmel. Zuerst wechselt Krieger Mars in die quirligen Zwillinge und aktiviert für die nächsten sechs Wochen euren Heimat- und Familienbereich. Da kommt jetzt jede Menge Energie ins Haus und gerade die Herren unter eurem Dach bringen sicher mit der einen oder anderen Unternehmung ein bisschen Turbel in eure vier Wände. Falls sie zu sehr über die Stränge schlagen, bietet sich der Vollmond am 21. Juli dazu an, sanft aber bestimmt Grenzen zu setzen. Oder noch besser, ihr geht mit lieben Freunden etwas essen und verbringt den Abend mit eurer Clique. Weil es sich um den zweiten Steinbock-Vollmond des Jahres handelt, können sich Themen von Ende Juni hier auch nochmal zeigen. Am nächsten Tag wechselt dann die Sonne in den mutigen Löwen und läutet damit die Phase des Hoch sommers ein. Für euch geht es dann in den nächsten vier Wochen um eure Routinen und täglichen Abläufe. Im Idealfall nutzt ihr das lange Tageslicht, um am frühen Morgen eine Runde im Park zu drehen oder ein paar Bahnen im Freibad zu ziehen. Damit würdet ihr eurer Seele und eurem Körper etwas Gutes tun. Achtet nur in diesen Tagen auf genügend Schlaf und Ruhe. Der Alltag könnte euch etwas mehr anstrengen als sonst. Bevor der Juli sich verabschiedet, wechselt noch Götterbote Merkur in euer Partnerhaus, die detailverliebte Jungfrau. Hier wird er dann für die nächsten Wochen eure Gesprächsthemen auf eure Partnerschaften und Beziehungen lenken und sicher für den einen oder anderen schönen Flirt sorgen. Das waren eure Tendenzen im Juli. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Juli. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit mit dieser gefühlvollen und magischen Zeitqualität. Jetzt am 26. Juni mache ich noch einen ganz wichtigen Livestream. Da geht es nämlich um Lilith in der Waage und was das für die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten bedeutet. Außerdem gibt es ja in meinen Livestreams auch immer ein Gewinnspiel. Wenn ihr euch dafür schon mal anmelden wollt, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Wenn ihr euren Saturn-Report gewinnen wollt und auch sonst, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und postet mir hier bitte einen netten und konstruktiven Kommentar. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch noch das Special über Jupiter in den Zwillingen. Und worum es mir in der Community geht, erfahrt ihr in meinem Beitrag. Das machen alle Coaches falsch. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und alles Gute mit den Sternen. ... ...